Im heutigen Video geht es um zwei Normalobjektive, zwei 50 mm Objektive. Das eine ist das Minolta 50 mm MD mit Blende 1,7 und das andere ist das Carl Zeiss Planar 50 mm 1,7 für Contax. Diese beiden Objektive haben eine sehr ähnliche Lebensgeschichte und ich möchte euch einfach mal Vergleichsbilder zeigen und ja, am Ende auch euch vielleicht eine Kaufempfehlung geben bzw. ja, vielleicht sagt ihr ja, das ein oder andere würde euch besser gefallen. Bis gleich nach dem Intro. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Sven. Wer schon länger dabei ist, der weiß, dass ich alte Objektive mag und das hat nicht nur den Grund, dass sie günstiger sind, sondern dass sie teilweise auch immer noch sehr, sehr gute Leistungen bringen. Und ich persönlich lege da auch mittlerweile schon deutlich mehr Wert drauf, rauszukriegen, welche meine Objektive wirklich top sind und welche, ja, welche vielleicht auch auf der Abschussliste stehen, um einfach auch meine, ja, meine Objektivschublade wieder ein bisschen leerer zu bekommen. Und da habe ich ja auch schon ein Video aufgenommen, zum Beispiel über das Carl Zeiss Tessa, das Pancake Objektiv und das 45 mm Minolta. Ja, ich verlinke euch das da oben mal, da könnt ihr euch das auch ansehen, weil gerade dieses Pancake hat mir sehr deutlich gezeigt, dass es Qualitätsunterschiede geben kann zwischen den Firmen und eben auch, ja, vom Preis her, denn das ist auch mal ganz wichtig. Hier habe ich zwei Objektive, hatte ich ja schon vor dem Intro gesagt, die haben eine ziemlich ähnliche Lebensgeschichte, denn dieses Minolta Objektiv, das habe ich, ja, mit meiner ersten Minolta Kamera, mit der X700 gekauft. Das war einfach mit dabei, das kostet dann irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro mehr, da nimmt man das einfach mit. So, heutzutage, sage ich euch auch gleich, kostet so ein Objektiv im Schnitt, wie gesagt, im Schnitt, man kann auch mal Glück haben, aber am meisten habe ich das so gesehen zwischen 40 und 50 Euro. Also, meistens ohne Sonnenblende, ich habe selber auch keine, Objektivdurchmesser ist übrigens 49. Gewichtstechnisch sind die übrigens ziemlich gleich und von der Fertigungstechnik her, ganz ehrlich, mir gefällt das Minolta ein bisschen besser. Das Carl Zeiss Planar 50 mm 1,7 ist von einem Freund. Den kenne ich, seitdem ich fotografiere, beziehungsweise seitdem ich in Eppenheim auf der Sternwarte bin. Der liebe Erwin und der hat sich eben, deswegen haben die die gleiche Lebensgeschichte, er hat sich eine Contax damals irgendwann in den 80ern gekauft und da war dieses Objektiv eben dabei, weil es nicht viel gekostet hat. Dieses Objektiv hat einen größeren Filterdurchmesser und wenn ich jetzt mal hier versuche zu gucken, 55 mm, hat auch keine Sonnenblende der Erwin und ja, was soll ich sagen, dieses Objektiv bei Ebay kostet etwa 100 Euro mehr. Also 140, 150 Euro, ich habe es auch noch teurer gesehen, auch wieder ohne die Sonnenblende, Sonnenblende findet man auch. Was hier wichtig ist, es ist eine T-Sternvergütung und das ist wirklich, also das kenne ich noch von meiner Hasselblatt-Zeit, das ist wirklich eine sehr gute Vergütung, aber heute Abend mache ich mit beiden Objektiven wirklich bei einer sehr hellen Taschenlampe mal einen Test im Dunkeln und ich bin auch sehr gespannt, wie sich hier beide Objektive schlagen werden. Also das mache ich mit einem Video. Übrigens, das Video hier, das seht ihr auch schon, das wird ein bisschen länger werden und vor allen Dingen, damit ihr euch in Ruhe auch die Bilder ansehen könnt und wenn ihr Fragen haben solltet, sofern ich die beantworten kann, da unten in den Kommentaren. Warum habe ich mir jetzt überhaupt dieses Objektiv ausgeliehen, das möchte ich auch nochmal sagen, weil ich habe ja wie gesagt schon diese beiden 45mm Objektive getestet und ich will einfach mal wissen, wie gut steht das da, was ich habe, gegenüber einem anderen, was 100 Euro teurer ist. Im Übrigen, die anderen Objektive von Carl Zeiss für die Contax, wenn ihr die Preise euch mal anseht, was da teilweise aufgerufen wird, da schlucken viele Altglassammler, die sagen sich, nee, so viel Geld für ein altes Objektiv gebe ich nicht aus. Die Frage ist aber immer, auf was legt ihr Wert? Wenn ihr wirklich auf Qualität Wert legt, sollte man eigentlich auch immer gucken, welches Objektiv von welchem Hersteller ist eventuell deutlich besser, wie dieses eine oder andere sehr günstige Objektiv, was man irgendwo bekommt. Und da es diese Unterschiede gibt, versuche ich jetzt mal so ein bisschen an alte Contax-Objektive zu kommen und eben selber für mich herauszufinden, zu den Objektiven, die ich habe, das muss nicht immer Minolta sein übrigens, was ist da wirklich seinen Preis wert. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Ich gehe an den Rechner und zeige euch die unterschiedlichen Bilder, die ich gemacht habe. Ich habe einmal unendlich gemacht, alle Blenden. Ich habe eine Nahaufnahme gemacht. Das ist auch wichtig. Da sieht man auch schon ein bisschen das Bokeh von beiden Objektiven. Und heute Abend, wenn es dunkel ist, weil jetzt kann ich das nicht, werde ich auch noch mal Bilder machen, wo ich ja im Prinzip bei hellen Punkten das Bokeh euch zeige und wie gesagt eine Aufnahme, wie das wäre bei richtig Gegenlicht. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video bis zum Ende seht. Ich möchte möglichst schnell euch die ganzen Bilder zeigen. Trotz alledem wird das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und die Leute, die sich für das Objektiv interessieren oder beide Objektive, die müssen einfach sich ein bisschen gedulden, weil ein bisschen müsst ihr euch natürlich auch die Bilder ansehen können. Und deswegen schalte ich jetzt auch prompt rüber in Lightroom und das ist das Carl Zeiss Planar bei Offenblende. Und ich gehe jetzt einfach mal die Blenden durch. Ich habe immer nur volle Blenden genommen. Im Übrigen das Planar kann man auch nur auf volle Blenden einstellen, während das Minolta außer am Anfang und ich glaube am Ende auch halbe Blenden zulässt. Das ist so eine kleine Besonderheit, aber sei es drum, es ist auch nicht wirklich dramatisch. Also hier seht ihr Offenblende 1.7 am Planar, dann einmal abgeblendet und dann seht ihr auch schon in den Ecken wird es deutlich besser. Auf 2.8 Blende 4, da ist eigentlich die Vignette weg. Blende 5.6 Blende 8 und da sind wirklich beide Objektive sehr, sehr gut. Blende 11 und Blende 16. Und jetzt dasselbe Spiel mit dem Minolta. Das Minolta ist von der Farbe her ein bisschen anders, vielleicht nicht ganz so ausgewogen. Das merkt man schon. Also die Bilder sind nicht entwickelt, das war aber ein automatischer Weißabgleich. Das ist 1.7, das ist Blende 2.8, Blende 4, Blende 5.6, Blende 8, Blende 11, Blende 16 und was es bei Minolta eben noch gibt, ist Blende 22. Sehen wir uns einfach mal das Zentrum vom Bild an, da wo die höchste Schärfe sein dürfte. Und das ist jetzt bei Blende 1.7. Und wenn man jetzt beide Bilder sich mal hier wirklich anguckt, dann merkt man schon, dass das Zeiss ein bisschen mehr Mikrokontrast hat. Das könnte die T-Sternvergütung sein. Man sieht das hier an dem Schornstein, an den Fugen, die sind kontrastreicher. Hier drüben ist das alles ein bisschen matschiger, wobei ich finde, hier die Blüten von dem Kastanienbaum, die sind natürlich nicht mehr unendlich. Die sind noch näher als hier dieses Haus. Die wirken hier, ja, ich sage jetzt mal, softer, weicher, während die bei Minolta etwas besser sind. Ich habe übrigens immer wieder scharf gestellt bei jedem Abblenden, um diesen Blendenfehler, diesen Blendenfokusfehler nicht zu haben. Also es ist jedes Mal hier hinten auf unendlich scharf gestellt worden. Hier nun beide Objektive bei Blende 2.8. Deutlich dazu geworden, beide Seiten. Hier habe ich sogar fast das Gefühl, dass das Minolta ein Ticken schärfer ist. Aber von den feinen Strukturen habe ich immer noch das Gefühl, das Zeiss ist etwas besser von der Auflösung her. Viel ist es nicht. Es ist wirklich nicht viel. Man könnte mit beiden Bildern arbeiten. Ich glaube auch hier mit Mikrokontrast erhöhen könnte man dieses Bild angleichen und natürlich ein bisschen mehr Wärme geben. Ihr seht das ja, das wirkt ein bisschen kühl, das hier drüben ist ein bisschen wärmer. Und hier nun Blende 8. Und mal ganz ehrlich, hier ist es einen Tick schärfer, ein Tick kontrastreicher, aber auch das Minolta steht überhaupt nicht viel hinten an. Und von daher würde ich mal ganz klar sagen, beide Objektive, egal was man sich jetzt kauft, kann man auf jeden Fall, was das Zentrum angeht, wirklich benutzen. Aber jetzt sehen wir uns mal die Ecken an. Und auch hier gibt es, glaube ich, kleine Überraschungen. Hier die Offenblende von der Ecke. Und man kann, glaube ich, deutlich sehen, man hat, also gefühlt, also ich weiß nicht, ob das in der Videoaufzeichnung rüberkommt, aber hier drüben ist das Zeiss ein wenig besser. Auch hier an dieser Stelle so ein bisschen weg von der Ecke. Aber das Minolta ist da gar nicht mal so schlecht. Und ja, viel Unterschied ist an dieser Stelle hier nicht bei Blende 1.7. Wenn wir abblenden auf 2.8, wird das Zeiss auf jeden Fall besser. Aber diese Stelle hier, also nicht ganz die Ecke, aber schon in die Richtung, da habe ich wirklich das Gefühl, auch hier bei diesem Baum, dass das Zeiss nicht ganz so gut ist. Es ist besser geworden, es ist harmonischer geworden, aber das Minolta holt da wirklich ziemlich auf. Also gerade diese Stelle, hier sieht man das, der Blütenbaum, der ist hier ziemlich verwaschen, da habe ich hier mehr Strukturen. Auch hier unten dieser Weinberg, ja, der sieht hier beim Minolta deutlich besser aus. Obwohl die Ecken immer noch sehr schlecht sind, da ist das Zeiss ein Stückchen besser. Und jetzt die Blende 8. Und siehe da, beide Objektive sind hier sehr ähnlich. Und ich habe sogar das Gefühl, dass hier in den Ecken das Minolta knackiger ist, wie das Zeiss, was ja in der Mitte auch ein Tick stärker war. Die Strukturen hier im äußeren Bereich sind sehr ähnlich. Also da hat das Minolta, finde ich, deutlich aufgeholt. Und ja, also das war der Teil unendlich. Und jetzt zeige ich euch nochmal so eine andere Aufnahmeserie, wo der Fokus in der Nähe mehr lag. Ja, hier war ich unterwegs, um Sterne dann zu fotografieren. Und ich hatte dann einfach noch Zeit und habe mir gedacht, gut, jetzt fotografierst du mal dieses Schild hier von dieser Bank. Und dabei sehen wir auch sehr schön schon ein bisschen das Bokeh. Ich würde mal sagen, das hat schwer was von einem Seifenblasenbokeh. Und wenn ich jetzt mal einfach direkt wechsle, ich hoffe, das klappt jetzt, ja, hier auf das Minolta, ihr seht, das ist auch scharf, aber es ist etwas softer. Das Bokeh sieht ehrlich gesagt ziemlich ähnlich aus. Also da gibt es nicht so viel. Ich glaube sogar, dass das Minolta ein bisschen stärker so ein Seifenblasenbokeh hat. Und ja, das sieht man auch hier. Und ich gehe jetzt nochmal auf das andere. Das hier ist kontrastreicher. Das seht ihr ganz deutlich. Also gerade hier diese ganzen Strukturen, die sieht man beim Minolta nicht so stark. Aber man kann ja deutlich mehr dieses Bubble-Bokeh erkennen. Also dass der Ring, das unscharfe Blendenbild ist es ja im Grunde, glaube ich, dass das hier ganz anders wirkt. Ist aber im Grunde sehr ähnlich. Aber ich möchte euch mal etwas zeigen, damit ihr auch mal versteht, warum es nicht immer ganz sinnvoll auch mir erscheint. Warum soll man immer, wenn jetzt hier eine Person sitzen würde, sagen wir es mal so, wir machen hier ein Porträt, hier wird jetzt ein kleines Kind sitzen, natürlich würde das dann ein anderer Schnitt sein und so weiter. Und ich habe jetzt hier diesen Hintergrund. Ich mache einfach ein Familienbild. Und natürlich mag das ganz toll sein, wenn das so freigestellt aussieht. Aber gerade auch bei diesem Objektiv, beziehungsweise bei diesem Hintergrund, weil das ist eigentlich das Problem, der ist gar nicht so schön. Also hier freigestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ein moderneres Objektiv hier vielleicht das Ganze softer darstellen würde. Also das ist schon, ja dieses Seifenblasen-Bokeh, das ist sehr speziell. Aber sei es drum, was passiert, und jetzt passt mal wirklich auf und denkt mal nicht über, das ist nicht mehr so unscharf oder ich erkenne ja jetzt mehr, sondern einfach wie viel ruhiger das Bild wird, wenn ich auf Blende 8 gehe. Hier ist jetzt ein bisschen Reflexion reingekommen, fällt mir auch gerade auf. Die Sonne stand ja hier im Westen und schon sehr weit im Westen. Also auf jeden Fall ist das sehr viel ruhiger. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid zum Beispiel in irgendeinem, ja in einer Ritterburg, ja wo man vielleicht mit seinen Kindern mal hingeht und sagt, hier Ritter und so. Finden ja kleine Jungs auch ganz toll und auch die Mädels, Burgfräulein und so. Und jetzt stellt euch mal einfach vor, Hintergrund ist total platt gemacht. Und Leute, die noch mehr Offenblende haben, die machen es ja noch krasser. Das heißt, man sieht überhaupt nicht mehr, wo die Person überhaupt steht. Und hier ist doch dieses Bild viel ruhiger. Auch das Bokeh hier ist viel ruhiger. Ich sehe eben, was das ist. Hier sehe ich nicht wirklich. Also ich kann das erahnen, aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ich brauche jetzt hier gar nicht mehr viel zu vergleichen. Das ist beim Minolta dasselbe. Also hier mit Blende 8 und hier eben Offenblende. Ja, also meine Meinung kennt ihr. Ich blende auch mal ab. Und es bedeutet auch nicht, dass man unbedingt immer auf Blende 8 gehen muss. Man kann eben auch was dazwischen wählen und sucht sich eben das Beste raus für sein Motiv. Und das ist eigentlich auch das, was ein Fotograf machen sollte. Nicht stur irgendwelchen Sachen hinterher machen. Man müsse mit Offenblende arbeiten oder man muss mit Blende 8 arbeiten. Ihr müsst mit dem arbeiten, worauf ihr bei der Aufnahme Lust habt. Jetzt muss ich mich eigentlich einblenden, wenn ich mich schon so ein bisschen aufrege. Nein, ich reg mich nicht auf. Aber ihr habt es glaube ich ganz gut gesehen, was Sache ist. Kommen wir zu den letzten vier Bildern, die ich euch zeigen möchte. Die habe ich gerade eben aufgenommen. Und dann noch zu zwei kleinen Videosequenzen über Flares bzw. Reflexe. Fangen wir an mit dem Zeiss. Das Zeiss hat übrigens nur eine Naheinstellgrenze von 80 cm. Das seht ihr vor allen Dingen gleich daran, dass diese Bokehringe viel kleiner sind als beim Minolta. Und man sieht auch zum Rand hin werden das mehr Katzenaugen. Ich habe hier leider jetzt nur eine blaue Farbe, so eine LED-Leiste gehabt. Dadurch sieht das so aus. Und ja, aber man sieht schon, der Rand von diesen Bokehringen sind, also von dieser Blendenabbildung ist es ja im Grunde, die sind ein bisschen heller wie die Mitte. Deswegen kommt auch dieses Seifenblasen-Bokeh so ein bisschen zustande. Wobei ich sagen muss, natürlich ein richtiges Trioplane-Triplet ist da deutlich kräftiger. Das ist das Bokeh vom Minolta. Und hier ist es deutlicher, das habe ich euch ja schon bei der Parkbank gesagt, dass es mir hier vorkam, dass der Rand eben kräftiger ist im Vergleich zur Mitte. Also viel mehr von diesem Bubble-Bokeh macht das Bokeh ehrlich gesagt auch unruhiger. Aber die Naheinstellgrenze hier und deswegen sind die Ringe jetzt auch größer, das ist komplett das Bild, ist also nicht reingezoomt, bei 0,45, also 45 Zentimeter. Entschuldigung. So, jetzt wieder eine Aufnahme vom Carl Zeiss bei Blende 16. Blende 22 gibt es da ja nicht. Und ihr seht hier die Blendensterne, wenn es eine kleine Lampe ist. Bei anderen Sachen sieht man das nicht so. Das Bild ist auch schön scharf. Oben sieht man sogar hier ein paar Sterne am Horizont, wobei das Wetter heute nicht so gut ist. Ja, also das kann man soweit lassen. Das Bild vom Minolta ist etwas dunkler. Habe ich nicht dran gedacht, das zu korrigieren. Da bin ich auf Blende 22. Genauso schöne, gleiche Blendensterne, sechs Stück. Es sind ja halt auch nicht mehr Blendenlamellen. Und hier, weil das halt dunkler ist, sind die Sterne entsprechend dunkler. Ich habe hier auch nichts entwickelt oder so. Und hier gibt es noch irgendwo ein Reflex von der Straßenlaterne. Das soll es für die vier Bilder gewesen sein. Und jetzt zum Abschluss kommen noch zwei Filmchen. Und danach mache ich einfach Schluss. Ihr müsst einfach dann für euch entscheiden, welche Linse interessanter ist. Auch preislich ist natürlich das Minolta vorne, wobei das Carl Zeiss auch eine schöne Optik ist. Es ist eben eine Standardoptik. Das ist nichts Berühmtes. Wenn der Erwin noch seine 1,4er Linse finden sollte, gibt es ein weiteres Video, weil er hätte noch das 50 mm mit Offenblende 1,4. Aber er hat es nicht gefunden, wo ich bei ihm war. Und da ich auch ein 1,4er Minolta habe, könnte das dann nochmal ein Video geben. Jetzt zum Abschluss noch die Reflexe und Flares vom Carl Zeiss und vom Minolta. Das war es. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Euer Sven schon mal. Jetzt kommt noch was. Nicht ausschalten. Kommt noch was. Aber ich sage schon mal Tschüss. So, Entschuldigung, wenn das ein bisschen wackelt. Das ist jetzt das Minolta. Ich gehe mal auch hier raus, dass man mal sieht. Das gibt hier auch mal ohne Sonnenblende entsprechende Reflexe. Und hier wie gesagt Spiegelungen auf den Linsen. Die sind aber ganz nett. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere weiß, was er damit anzufangen hat. Wenn er mal sowas hat in einem Bild, dann kann die auch mit etwas Geschick verstecken. Ja, hier nun das Zeiss. Und das sieht schon ganz anders aus. Wenn man das mal sieht, was hier so alles passiert mit der Linse. Und ja, die Reflexe sind ehrlich gesagt gar nicht so stark. Also zwischen den diese blauen Sachen. Ja, also hier seht ihr das jetzt so auf 4 Uhr so ein bisschen was. Aber viel schlimmer sind die ganzen Erscheinungen, die wir ja so noch haben. Kann interessant sein. Also da hat das Minolta gerade eben gewonnen. Ich habe übrigens auf die Lampe scharf gestellt von der Entfernung her. Und wie gesagt, alles offenblende. Ja, das ist schon ziemlich krass. Ich blende mal hier ab. So ein bisschen. Dann wird die Sache etwas besser. Aber jetzt seht ihr auch, dass natürlich die Reflexe dunkler geworden sind. Ich müsste jetzt eigentlich erstmal wieder korrigieren. Aber abblenden tut hier wirklich schwer Not bei dem Carl Zeiss. Das war jetzt so der Gag beziehungsweise das, was ich nicht erwartet habe. Untertitelung des ZDF, 2020